Bauernproteste, es geht jetzt schon los, schiere Angst der Bundesregierung, Lindner, Steinmeier und Co. wollen protestierende einschüchtern, die Bundesregierung muss endlich zurücktreten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, aktuell das brisanteste Thema sind ja die zum 8. Januar 2024 angekündigten landesweiten Proteste der Bauern Deutschlands. Sie wollen Autobahnzufahrten blockieren und verschiedene andere Maßnahmen durchführen. Erste Protestaktionen sind schon gestartet und zwar am 6. Januar in Marburg. Ich zeige Ihnen das mal. Hier haben die ersten Proteste stattgefunden und Sie sehen es auch, ich mache es mal noch ein bisschen größer, hier auf dem grünen Plakat oder Schild steht Ampelwahnsinn. Die Ampel spielt verrückt und in Marburg waren ungefähr 2.500 Menschen. Das waren übrigens nicht nur Bauern, sondern auch Bürgerinnen und Bürger, die auch immense Nachteile und Einschnitte erleiden müssen durch diesen Irrsinn, durch diesen Sparirrsinn der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, aber nicht nur die Bauern rufen zu Protesten auch auf, sondern auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, die HOGA, die deutschen Spediteure, alle die wollen sich den Protesten anschließen. Worum geht es? Die Bauern protestieren vor allen Dingen gegen die Sparpläne der Bundesregierung, die auch auf ihre Kosten gehen. Es geht um den Wegfall von Steuervergünstigungen für Agrardiesel und Kfz-Befreiung für Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Das soll alles gestrichen werden. Es geht aber den Bauern, meine Damen und Herren, und den anderen Gruppen um viel, viel mehr. Denn der Frust im Land über die Bundesregierung, über die aktuelle Ampelregierung sitzt richtig tief. Die Bundesregierung unter Olaf Scholz hat unter anderem in einer beispiellosen Aktion das Heizungsgesetz auf den Weg gebracht. Erinnern Sie sich bitte daran, was damals los war und damit Millionen Menschen verunsichert. Große Ängste wurden da ausgelöst. Habeck hat komplett dort völlig überzogen. Die Bundesregierung hat jetzt oder Ende letzten Jahres 2023 in einer wahren Streichorgie Kürzung im Bundeshaushalt angekündigt. Die gehen alle zu Lasten von uns. Zu Lasten der Bauern, zu Lasten der Bevölkerung, zu Lasten Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer und Selbstständigen. Es ist völliger Irrsinn, was diese Bundesregierung hier vorhat. Und die Federführung für diese Streichorgie hat dieser Herr hier, falls Sie es mal gesehen haben möchten, nur noch mal für Sie das Gesicht der Streichorgie. Dieser Typ von der FDP, unser Finanzminister Lindner, hat das hier komplett zu verantworten. Er hat die rote Linie gesetzt und hat gesagt, mit ihm gibt es keine Steuererhöhungen. Aber letzten Endes sind die Streichungen, die er veranlasst hat, nichts anderes als Steuererhöhungen und Abgabenerhöhungen für die breite Masse der Bevölkerung. Und die Superreichen, deren Freunde er ja offensichtlich zu scheinen seien, die kommen hier mit einem blauen Auge davon. Meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter und die Steuererleichterungen zum Beispiel für Gaststätten wurden abgeschafft zum 01.01.2024. Viele Gaststätten werden pleite gehen. Menschen werden sich das Essen dort nicht mehr leisten können. Sie müssen sich mal vorstellen, bei mir in Halle gibt es Gaststätten, die haben über Nacht die Preise für Schnitzel, das ist ein ganz normales, ganz stinknormales Essen, auf 26 Euro angehoben. Ein normales Schnitzel mit ein paar Kartoffeln und ein bisschen Gemüse soll jetzt 26 Euro kosten. Na, wo leben wir denn, meine Damen und Herren? Aber dafür können ja die Gaststätten nichts. Die machen ja nur das, was alle anderen auch machen. Die erhöhen die Preise und reichen sie sozusagen an den Kunden weiter. Viele Menschen werden sich in Gaststätten das Essen einfach nicht mehr leisten können. Denn die Preise sind im Schnitt dort, so die ersten Zahlen, im Schnitt um 12% gestiegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 12%. Die Bundesregierung hat die CO2-Bepreisung angehoben. Damit steigen zum 01.01.2024 die Energiepreise nochmals in Deutschland. Wir haben schon die Höchsten mit auf der ganzen Welt. Die Bundesregierung plant, SPD, Hubertus Heil, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, SPD, die massive Ausweitung der Sanktionen beim Bürgergeld. Die kranken Zusatzbeiträge sind gestiegen. Lebensmittelpreise steigen und steigen. Mit der Erhöhung oder mit dem Wegfall der Subventionen für Landwirte werden selbstverständlich die Lebensmittelpreise auch steigen, weil die geben die Kosten dann weiter. Ja, und die Energiepreise sind auch gestiegen zum 01.01.2024. Sprit und Diesel ist teurer geworden. Alles das haben wir doch gesehen. Ich könnte Ihnen noch viel mehr aufzeigen, was teurer geworden ist, aber da werde ich mit dem Video hier gar nicht fertig. Meine Damen und Herren, Sie merken auch, ich bin richtig frustriert und das ärgert mich auch ungemein. Mich ärgert das auch, wie mit was für einer Arroganz und mit was für einer Heuchelei die Bundesregierung mit einem roten Federstrich hier über uns hinweg geht und uns nicht anhört und mit uns nicht redet, meine Damen und Herren. Der Grund für den Frust der Bauern und der vielen anderen, die im Internet zu gemeinsamen Protestaktionen aufrufen, sitzt somit sehr, sehr tief. Viele Menschen können sich das Leben in Deutschland einfach nicht mehr leisten. Bitte denken Sie daran, oder Sie sehen es auch, die langen Schlangen an den Tafeln in Deutschland. Die Löhne und Renten sind richtig niedrig. 20% aller Rentner in Deutschland sind arm, meine Damen und Herren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In einem solch reichen Land. Was macht die Politik? Nichts. Nichts macht sie. Der Mindestlohn ist von lächerlichen 12 Euro auf 12,41 Euro nach oben gegangen. Wir bräuchten mindestens, damit wir wenigstens an die Schwelle einer armutsfesten Rente kommen, 14, 15 Euro Mindestlohn. Für die Masse der Menschen in Deutschland, Rentnerinnen und Rentner, gab es noch nicht mal eine Inflationsprämie. Ein Ausgleich dafür, für die gestiegenen Kosten, die wir in Deutschland haben. Wie zum Beispiel für Minister, Beamte, Bundeskanzler und Pensionäre. Die Frechheit ist, dass der Herr Bundeskanzler die Inflationsprämie bekommen hat und seine Minister auch. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund für den Frust und die Ablehnung der Bundesregierung. Die maßlose Arroganz gegenüber uns. Teile der Bundesregierung stellen sich hin und drohen offen den Protestierenden. Darf ich Ihnen das mal zeigen, was der liebe Herr Lindner hier wieder vom Leder gelassen hat? Das glaubt man ja einfach. Das glaubt man ja einfach. Herr Lindner sagt, angekündigte Blockaden sind unverhältnismäßig. Er hätte sie als unverhältnismäßig kritisiert. Na hallo Herr Lindner, wo leben wir denn? Wir leben in einer Demokratie. Sie als Vertreter der sogenannten angeblichen urdemokratischsten Partei, die es gibt auf dieser Welt, behaupten doch nicht allen Ernstes, dass Blockaden und Versammlungen und Protestaktionen unverhältnismäßig sind. Jawohl, sie sind verhältnismäßig, weil die Menschen in diesem Land von ihnen nicht mehr gehört werden. Das ist das große Problem, was wir in diesem Land haben. Sie werden nicht mehr gehört. Und deshalb kann ich nur sagen, ja, gehen Sie bitte alle auf die Straße. Gehen Sie bitte protestieren. Das ist Ihr gutes Recht. Das sollten Sie auch bitte tun. Ja, die maßlose Arroganz. Teile der Bundesregierung, das habe ich gerade gesagt, stellen sich offen hin und greifen die Protestierenden an. Sie drohen mit Anwendung von Strafrecht und anderen Mitteln. Sogar die ersten, das muss man sich mir auch auf der Zunge zergehen lassen, Allgemeinverfügung aus dem Erzgebirgskreis aus der Stadt Zwickau sind gegen die Proteste am 8.1.24 bekannt geworden. Das muss ich Ihnen auch mal zeigen, das glauben Sie mir alles gar nicht. Was hier in dem Land los ist, dass sich dort zum Teil CDU-Bürgermeister mit Allgemeinverfügung hinstellen und hier entsprechend die Dinge hier blockieren wollen. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen das mal. Das glauben Sie mir sonst gar nicht, was hier los ist. Da gibt es eine Allgemeinverfügung des Landkreises Zwickau. Die sagen, dass der Landkreis Zwickau hat am 6. Januar die Einschränkung des Versammlungsrechts bekannt gegeben. Und zwar unter der Maßgabe, dass hier das öffentliche Leben und Transporte sozusagen durchgeführt werden müssen und dass wesentliche Verklärungsknotenpunkte in Zentralenstädten und so weiter freigegeben sein sollen und offen bleiben müssen. Ja, meine Damen und Herren, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Landkreis hier eine Versammlung, eine Protestaktion verhindern will. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Allgemeinverfügung vor Gericht nicht Bestand haben wird. Und übrigens ist es auch so, der Frust ist ja schon so groß, dass die Bauern und auch die Protestierenden sich an diese Allgemeinverfügung sowieso nicht halten werden. Das ist eine völlig lächerliche Maßnahme. Ich weiß, und so wurde es auch im Internet von einzelnen Bauern verkündet, die haben klipp und klar gesagt, wir werden selbstverständlich die Abfahrten auf der Autobahn freihalten. Ja, das ist rechtlich zu gewährleisten. Aber auch die Auffahrten werden freigehalten für Krankentransporte und für Notdienste, für das THW, für die Feuerwehr und so weiter. Die können also durchfahren. Da würde niemals ein Bauer hier den Weg versperren. Das ist alles so lächerlich, dass man eigentlich nur noch sagen kann, liebe Politik, seid ihr alle von allen guten Geistern verlassen. Ihr frustriert die Leute ja immer mehr mit solchen Dingen. Allen Ernstes wollen die dort Verantwortlichen die Proteste mit der Bauern und der anderen mit solchen durchschaubaren Mitteln verhindern. Der FDP-Chef Lindner droht, ich habe es gerade gesagt, dem Bauern, ja, was glaubt er denn eigentlich, wer er ist, der Herr Lindner? Er droht unverheulen dem Bauern und will diesen Angst machen. Aber diese Drohungen sind doch nichts anderes als die pure Angst von Lindner und der Bundesregierung aufgrund dieser Proteste. Ja, jetzt wird es nämlich ganz schön dicke und jetzt kann es auch sehr eng werden für diese Ampelregierung. Diese Ampelregierung hat de facto abgewirtschaftet. Warum? So stelle ich die Frage als Bürger, der das Ganze alles beobachtet und der sozusagen auch ein kleines linkes Herz hat, ja, warum hat die Bundesregierung nicht eine Vermögensteuer eingeführt, sodass Vermögen der Reichen zur Finanzierung der Staatsausgaben herangezogen werden? Warum werden hier bei hohen Einkünften nicht Einkommenssteuern erhöht? Was ist eigentlich das Problem? Schuld daran ist der Lindner, ja, unser Finanzminister, der das verhindert. Weil die Reichen sind ja und sind und waren schon immer das gute Klientel der FDP und sind von denen immer schon besonders geschützt worden. Meine Damen und Herren, ich finde das alles nur noch lächerlich. Wir müssen für alles bluten in Deutschland und die Reichen kommen hier ungeschoren davon. So geht's nicht. Erinnern Sie sich bitte an den Auftritt von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz im Sommer 2023, wo er auf eine Frage eines Rentners, der auch die Inflationsprämie haben wollte, mit einem arroganten Lächeln im Gesicht antwortete, es würde ja 60 Milliarden Euro kosten. Aber gleichwohl er die 3.000 Euro erhalten hat. Was für eine Arroganz und eine Freche. Meine Damen und Herren, ja, der Frust sitzt tief. Das Vertrauen in diese Bundesregierung ist weg. Umfragen zeigen es ganz deutlich, niemand mehr will Habeck, Lindner und Scholz noch haben. Die Ampelregierung unter Väterführung des schweigenden Kanzlers Scholz, der sich ja nicht mal mehr an seiner Beteiligung an der Marburg-Bank-Krise oder Skandal erinnern kann, hat aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, jegliche Legitimation verloren, unser Land zu führen. Eine Bundesregierung, die die Bauernproteste dämonisiert und in die kriminelle Ecke stellen will, gehört auf den Mülleimer der Geschichte und Abgeschafft. Versammlungsrecht, Streikrecht, auch das gesprochene Wort und auch ein möglicher Generalstreik sind legitime und demografische, demokratische Mittel seiner, unserer Meinung Ausdruck zu verschaffen. Denn anders kann man dieser Politik der Ampel nicht mehr begegnen. Die hören uns ja nicht an, ja. Die kommen zwar vielleicht mal zu uns, aber die hören uns nicht an. Die verstehen die Probleme einfach. Wenn die Bauernproteste dazu führen, dass die Bundesregierung zurücktritt, wäre dies ein Befreiungsschlag für unser Land. Ich kann Sie alle nur herzlichst darum bitten, schließen Sie sich bitte friedlich diesen Protesten an. Kämpfen Sie für Ihre Rechte, für ein gerechteres Leben in Deutschland, in dem Lasten gerechter verteilt werden und die Armen nicht ärmer und die Reichen nicht immer reicher werden. Nur so können wir den Irrsinn mit dieser Regierung beenden. Ich und Rentenbescheid24.de werden weiter von den Protesten der Bauern und der anderen Verbände ab dem 8. Januar berichten. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Zeit. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Bitte nochmals, bitte bleiben Sie, wenn Sie zu diesen Protesten gehen, friedlich. Bitte nochmals, bitte bleiben Sie.